Es geht Leute, euer Salp. Heute werde ich ein kleines Pack Opening machen. Ja, ich habe jetzt 50 Kryptos zusammengespart und werde jetzt ein paar Zehner Packs öffnen. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt von Pack Openings, dann lasst einfach ein Like da und wenn ihr auf den Aufrunden bleiben wollt, dann auch ein Abo. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon was Gutes gezogen, wie ihr schon seht und ja, wenn ich euch am Schluss auch noch zeigen. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt von Pack Openings, dann lasst ein Like da, damit ich es sehe oder schreibt einen Kommentar. Ja, das ist ja von meiner Seite aus, euer Salp und ja. Mal sehen, was da so geht. Keine Erststattung. Okay, dann mal los. Oh, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Ich will eben so sehen, was es ist, wie du. Damit wirst du der Hingucker schlechthin sein. Mal sehen, wenn du hier regiert. Das war's. Das war's.